Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA 14 Ultimate Team. So, ich habe mal nochmal in den Geldtopf gegriffen. Ich habe mir, äh, wie heißt er denn, groß gekauft. Hier für 1300, glaube ich. Und Alaba ging mir auch mal sehr billig in die Hände. Zwei Bayern-Spieler, wieso nicht? Sind gute Männer. Ja, und um ehrlich zu sein, da geht schon ein bisschen was. Wenn ich die zwei tauschen würde, wenn sich die zwei... Dann wäre das vielleicht besser für die Chemie, aber muss ja nicht unbedingt. Ja, so kriegen wir unsere Elf schön langsam zusammen. Dann haben wir noch ein paar, ein bisschen Geld übrig, dass wir eventuell bald mal noch ein paar Spieler kaufen können. So, jedenfalls können wir jetzt wieder in die Saison gehen und noch eine Partie spielen. So, können wir das Geld schön langsam auf den Kopf knüppeln. Und so kriegen wir was Anständiges zusammen. So, wo... Wann kommt er denn endlich, bitte? 83, 81, 80. Also mittlerweile geht es schön langsam, dass man sagen kann, ja, ähm, da können wir einfach was machen draus. So, könnte mein Gegner bitte kommen? Das wäre schön. Das würde ich bevorzugen. So, auf jeden Fall haben wir mittlerweile eine gute Mannschaft beisammen. Also eine 5-Sterne-Deluxe-Mannschaft. Ich glaube, der kommt heute nicht mehr. Der entscheidet sich nicht unbedingt dazu, dass er gegen mich spielen will. Was ist denn jetzt kaputt? Ich bin doch noch online. Oder? Hör? Online-Saison. Was soll denn der Käse? Spielen. Äh, weiter. Dann bin ich aus Versehen ins Verkehre gegangen, dass ich aus Versehen in die Offline-Saison gehe. Weil ich die Spielersuche irgendwie nicht hatte. Naja. Der Gegner hat die Partie verlassen. Ist ja schön. So, dann such mir bitte einen neuen Gegner. Das hätte ich mal gerne was. Oder das hätte ich gerne mal. So, Alaba muss sich natürlich auch noch in die Mannschaft einfinden. So ist ja nicht, aber das kriegen wir schon hin. Haben wir ja eine gute Mannschaft bei seinem Jahr. Hat auch eine 81er-Mannschaft. Oh, oh, oh. Lauter Engländer. Und ein Norweger, der in England spielt. Ja, da ist die Verbindung natürlich sehr gut da drin. Aber das können wir ab, glaube ich. Das können wir sehr gut ab. Wir haben einen Anstoß im auswärtigen Stadion. Und dann probieren wir mal unser Glück. Oder nicht unser Glück. Unser Können probieren wir aus. Von Glück kann man da nicht unbedingt reden. Aber wir werden hier Berski gleich mal schön hier reingeholt. Und Nachschuss. Da ist er drin. Und der Lahm mit seinem ersten Hohen in der dritten Minute. So geht es. Verfluchte Axt. Die Mannschaft ist stark. Sehr stark gerade. Alter. Ich habe hier momentan heute ein glückliches Händchen mit den Leuten. Wie ich mir die hole. So, als nächstes muss ich mir sicherlich noch ein paar Verträge kaufen. Dass ich einfach, ja wie soll ich sagen, ein paar Spieler noch beisammen kriege. Also, dass ich die auch spielen kann. Ne? Verträge sind ja auch sehr wichtig. Da kriegen wir hoffentlich noch ein paar zusammen. Oh, schön weggefaustet hier. So, Mandzukic. Gib dir rüber auf. Hä? Mandzukic? Hä? Mandzukic spielt auf Mandzukic. Ja, der war super, der Spruch. Kein Abseits. Wer kommt da? Oh. Leider kommen wir da nicht durch. Wird aber. Wird aber. Echt eine gute Mannschaft, muss man sagen. So. Vielleicht könnt ihr mir ja noch Tipps geben, wen ich noch holen könnte. Wenn ich das nötige Kleingeld für habe. Ich werde mir die zusammenschreiben, die nötigen Leute. So, Kopfball. Oh. Da kommt er so gerade noch ran. So, schön rausgeholt. Na, schade. Aber groß war, glaube ich, auch eine schöne Investition, die einfach mal funktioniert, glaube ich. Da ist einfach das nötige Kleingeld schön langsam vorhanden, dass das geht. Vor allem, wenn wir hier eventuell Meister werden. Das wäre super. Aber für das muss meine zweite Mannschaft auch noch ein bisschen besser werden. Dann würden wir da schon ein bisschen Geld kriegen zum wieder, zum reinvestieren in die ganze Sache. So, Pierski. Ah, schade. Aber er bleibt dran. Er setzt sich gut durch, aber zu nah an den Kopfball gespielt. An den Torback gespielt. Man kennt die späte Stunde schon langsam an hier. Abseits Position war klar und deutlich. Naja. War so deutlich doch nicht. Ich dachte, die wäre deutlicher. So, Kopfballduell. Leider glückt die nicht. So, aber Ballbesitz für uns schon wieder. Eigentlich müsste die Mannschaft, MG muss mit Elite heißen, weil die sind ja extrem spitze. So, okay. Spielaufbau. Die zweite oder die dritte oder die fünfte. Keine Ahnung. Irgendwie so. Ah, Fehlpass. Die Fehlpässe in den Sturm nach vorn tun natürlich weh in solchen Situationen. Wirf dich auf die Granate, Adler. Das geht schon. Du fast Absteiger. Aber du bist ein guter Torwart. Kann man nicht meckern. Oh, der tut auch weh, der Pass. Den hätte ich konzentriert spielen müssen. Naldo Perski wieder. Huntela auf Alaba, der hier natürlich Gas gibt ohne Ende und den Ball noch versucht hier reinzubringen. Nur wie ist halt die Frage. Ah, schön. Schön nochmal rein. Mal ablegen hier. So, die Gegner ein bisschen auseinanderziehen. Und mit groß einfach mal draufhalten. Und schon haben wir eine Ecke. Schöne Aktion gleich von ihm. So, verfahren. Bisschen ranziehen. Bisschen ran mit dem Ball. Oh, schönes Ding. Dante versucht es einfach mal mit dem Kopfball. Einen Haufen Bayernspieler haben wir drin. Aber man muss halt offen und ehrlich zugeben, Bayernspieler sind auch verdammt gut. Also, ich will ja irgendwann vielleicht noch Lewandowski für meinen Sturm gewinnen. Dass er vielleicht noch bei uns unterzeichnet. Das wäre schön, dass er sich einfach von uns noch mehr erhofft. Aber da muss noch ein bisschen Wasser dem Bach runterlaufen, bis das so weit ist. Vielleicht kriege ich das ja noch in der FIFA 14 Ultimate Team Saison zusammen. Das wäre schön. Aber, wenn nicht, dann nicht. Dann hilft es nicht. So, ich mag halt die Saison lieber. Um ehrlich zu sein, als jetzt die Turniere. Bei Turnieren sehe ich immer alt aus. Für das brauche ich wirklich zwei wirklich gleichwertige Mannschaften. Und gleich starke Mannschaften. Komm, verzieh dich in die Mitte. Verfahren regelt das schon. Mensch, dann drängelt mich der so ab. So, wir hauen in der dritten Minute ihm ein Tor rein. Und dann nichts mehr. Ja, da war er noch ein bisschen überrumpelt. Und noch nicht ganz so da. Da hat er sich auf meinen Spielstil noch nicht einstellen können. Muss man ihm ja zugutehalten. Da muss man auch erstmal klarkommen mit. Ich habe auch... Ich wurde schon oft darauf hingewiesen, dass ich einen seltsamen Spielstil habe. Aber der ist einfach einzigartig. Und ich mag einzigartig. Vor allem an mir selber. Was soll da gewöhnlich? So, ich sollte eigentlich Alaba mir fordern. Fordern. Oh, dann falle ich hier zusammen. Was soll denn der Scheiß? Komm, Adler. Komm, Adler. Ja, da hat er ein freies Tor, aber er kriegt mich rein. Nicht unter Kontrolle. Der ärgert sich schwarz jetzt gerade. Würde ich auch gerne wissen, wieso das heißt, sich schwarz ärgern. Ah, schön gemacht. Alaba läuft hier. Komm, gib Vollstoff. Du bist doch ziemlich schnell. Auch mit Ball. Ah, schönes Ding. Wäre sogar auf groß gekommen. Also, der hat seinen Bayern-Spieler hier schon gesucht. Also, sein Teamkameraden Menno. Schon wieder so ein Ding. Ah, glücklicherweise findet dieser Ball nicht den Abschluss. So, Adler für den Abstoß. Weites Ding. So, moah. Was war denn das jetzt für eine Nudel? Was war denn das jetzt? Das kann auch nicht wahr sein. Komm schon. 44. Minute. Oh, den Heldadler. Übel. Der ist echt sein Geld wert gewesen. Obwohl er echt nicht teuer war. Also, ich bin da echt Sparfuchs. Auch bei FIFA Ultimate Team. Ist ja auch nicht unbedingt verkehrt. Weil, wenn man wartet, kriegt man auch gute Spieler. Zu günstigen Preisen. Verfluchte Axt. Huntelaba. Vielleicht doch ein bisschen Fehlgriff. Ich weiß es nicht. Er muss sich echt noch unter Beweis stellen. Aber von den Werten ist er halt ein bisschen besser als Ding. Ich kriege 83% der Pässe durch. Kein Wunder, dass ich keine Tore schieße. Naja, Mannschaft sieht noch gut aus. Keiner verletzt. Das ist gut. Ein Häkchen dahinter. Als Trainer muss man da natürlich ein Auge drauf haben, dass es den Spielern gut geht. Und da hoffe ich mal, dass da noch mal... So, können wir mal bitte in die zweite Halbzeit gehen. Immer diese Leute, die immer so auf Zeit spielen und sich da Ruhe walten lassen. So. Und dann nicht mal eine Einwechslung vornehmen. Das ist ja richtig schlimm. Sauber verfahren. Ja, da läuft er sich fest. Kann sich aber fast durchsetzen. Respekt zeige ich da nur. Man steht euch nicht selber im Weg. So. Früh stören. Dann geht das schon. Schiri lässt Vorteil laufen. Muss ich hier abwarten. Nicht, dass ich ihm zu früh den Ball nehme. Freistoß gebe ich nicht freiwillig her. So. Nächster Spielaufbau. Er ist da. So. Sauber. Alter. Wieso kriege ich den Pass da nicht durch? Na gut, die Räume waren eng. Aber hol sich die... Das Ding einfach mal... Schlicht und ergreifend. Boah. Hätte ich... Hätte ich kurz stehen... Äh, eine kurze Drehung machen sollen, dann wäre er außen gestanden. Hätten wir so viele Möglichkeiten gehabt. Ja, das sind die Momente, wo man sich einfach ärgert. Ja, wieso habe ich den Spielzug nicht anders aufgebaut? Naja, hilft nicht. So ein Beispiel. Oh, Pierski. Festgelaufen. So, komm schon. Ja, das gibt's nicht. Sauber. Guck geklärt von Mandzukic. Vom Fan. Bringt aber die Flanke hier nicht. Was macht er denn? Mensch. So, weiter Ball. So wie üblich. Dass hier ein hoher Ball kommt. Ah, schön durchgespielt. Aber... Alaba ist da. Verdudel aber den Ball, weil ich hier beschissen bin. Oh. Es war aber kein schöner Schuss. Muss man zugeben. So, ein bisschen offensiver will ich jetzt mal eingestellt sein. So. Die bittere Pille letztes Mal müssen wir einfach abhaben. Oh, dieses 90-Minuten-Tor ist natürlich kacke. Da war man gedanklich schon im Abschluss. Also im Abschluss dieser Partie. Ja, Huntelaar kommt da nicht mehr ran. Braucht halt noch ein paar Spiele, bis er komplett in der Mannschaft mit drin ist. Deswegen will ich auch bald nicht mehr so viel umstellen. Gut. Mir geht auch das Geld schon langsam aus. So. Jetzt kommt die Flanke. Ah, Huntelaar. Leider nicht mehr. Aber eine Ecke haben wir. Die müssen wir gleich mal ausprobieren können. So. Verfahren. Darf die Ecke treten. Ecke kommt. Schade. Nichts draus geworden. So. Komm schon. Oh. Beinahe in den Pass gelaufen. Das wäre schön gewesen. Das hätte ich bevorzugt. So spielst du hier den Mann an, der weiter weg steht. Ah. Okay. Den passt nicht durch. Mensch. So. Er geht über den Flügel. Oder zieht er rein. Er geht über den Flügel. Jetzt zieht er rein. Jetzt. Puh. Gut geklärt. Weg damit. Offensiv. Foul. Aber Vorteile pfiffen, weil ich im Ball besitze. So. Okay. Komm. Huntelaar. Bringt den Ball hier. Und. Oh. Schade. Verfahren steht auch bereit. So. Ball kommt. Man zu Kitsch. Und da ist er drin. 2.0. 73. Minute. Geht doch. Geht doch. Da bin ich stolz auf meine Leute. Leute. Sowas. Ist natürlich immer gut. So ein Sicherheitstor. Ah. Wer mich ja natürlich in der Karriere verfolgt hat. So ein Sicherheitstor ist für mich Gold wert einfach. Weil ich. Meine Spiele sind bis zur letzten Minute spannend. Da kann immer noch ein Tor kommen. Deswegen. So ein 2.0 Polster. So kurz vor Ende. Ist natürlich schön. Und auch super. Alter. Wieso springst du hier über den Gegner? Trete ihn zusammen. Benutze ihn. Nice. Fußabstreifer. So. Sauber. Verfahren. So. Vorwärtsgang. So schnell wie möglich. Habe ich gemeint. Scheiße. Oh. 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 Schön durchgesetzt. Man geht doch mal. Lauf doch. Nicht stehen bleiben. Mensch. Ah. Schön. Auf Perski raus. Von der anderen Seite. Ball kommt. Oh. Schade. So. Ah. Martinez verliebt den Ball. Oh. Schöner Heber. So. Immer mit der Ruhe hier. Oh. Nö. So nicht. Jetzt brocke ich aber die Fehlpässe hier raus. So. Mann. So geht's. Ah. Wollte ich einen Heber probieren. Wollte ich ihn ansetzen. Schade. Dann geht das nicht. Was ist hier? Foulspiel. Achso. Vom Gegner. Ne. Von mir. Sechs Minuten vor Schluss. Er ist sehr offensiv gerade eingestellt. Zeit für einen Konter. Schade. So. Schön auf Verfahren. Ah, da zwiebel ich wieder in den Torwart rein. Oh, was für eine Granate. Wer war da der Abzieher? Übel. Was für ein Ding. Hol sich den Ball und zieht da einfach mal ab, weil die Lücke einfach vorhanden ist. So, Ecke. Von vorhanden Tritt. Ecke kommt. Oh, an die Latte. Darf denn das wahr sein? Alaba nimmt den Ball an. Alter, und ich laufe nach außen. Oh, schönes Zuspiel vom Gegner. Da war ich ein bisschen überfordert, dass der Ball hier zu mir kommt. Alter. So, komm schon. Zwei Minuten Nachspielzeit. Nicht mehr. Nicht weniger. So, wirf ein. Danke. Verfahren. Na, kriege ich den Ball nicht durch. Aber er macht auch Fehlpässe. Oh, groß wird hier gefoult. Oh, keine Karte. Er wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Der hat mich ja voll gebremst. Da wäre ich schön durch gewesen. So, können wir hier bitte wieder? Das war ein Foul. Ast rein. Ende. So, den muss ich hochbringen, auch wenn es kacke ist. Wollte ich ihn noch ablegen. Auf Trash. So, da ist Indy. 2 zu 0 Sieg. Das sind wieder drei Punkte, die uns weiterbringen. Ah, wunderbar. Wie sieht es denn aus? Verfahren wieder die beste Leistung hier auf dem Platz. Schon übel. 563 Münzen oben drauf. Ja, kann sich sehen lassen. Unsere Statistik hat sich auch verbessert. Also, so zwölf Punkte, was uns prophezeit. Wir sind momentan noch auf dem Abstiegsplatz. Aber zwei Siege noch und dann sind wir hier safe. Noch ein paar mehr und dann wäre es super. Also, drückt mir die Daumen und ich sage dann Tschau, bis zum nächsten Mal. Tschau.